Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 unseres Anfängerkurses. In diesem Video möchte ich dir einmal unser wichtigstes Tool erklären und zwar TradingView. Ich hoffe, du hast bereits unsere Website ausgecheckt. Auf unserer Website findest du ein Trading-Wörterbuch. Das bedeutet, gleich wenn du auf die Website gehst, flowstate-trading.com, siehst du alle Grundbegriffe, die du kennen musst und natürlich eine Erklärung dazu. Ganz wichtig ist, dass du auch ein E-Book hast für Trading-Anfänger und da habe ich dir alle Tools verlinkt, die du brauchst und ein paar Tipps und Tricks gegeben. Außerdem auch noch ein kleiner Zeitplan, was du jetzt machen solltest, wenn du gerade mit Traden beginnst, was du wann lernst und so weiter und so fort. Schau gerne vorbei, es ist alles hier unter dem Video verlinkt. Jetzt starten wir direkt rein, denn hier soll es heute einmal um TradingView gehen. TradingView ist eine sogenannte Charting-Software und TradingView hilft uns, unsere technische Analyse zu machen, beziehungsweise wir machen unsere technische Analyse einfach hier in TradingView. Wir sind gerade im Gold-Chart, im Daily-Chart. Ihr seht, wir sind kurz davor, unser All-Time-High hier zu knacken. Ich werde mal alle Zeichnungen entfernen. Okay, sind entfernt. Ihr habt im letzten Video auch schon gesehen, was diese einzelnen Kerzen hier bedeuten, was das alles auf sich hat. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig geübt, beziehungsweise vielleicht habt ihr noch nicht geübt, sondern habt jetzt auf dieses Video hier gewartet. Dann schaut es euch erstmal an. Also, wenn ihr das erste Mal TradingView öffnet, dann ist höchstwahrscheinlich, hatte ich schon gesagt, die Kerzen, die hier nach oben gehen, die sogenannten bullischen Kerzen, sind grün und die bärischen Kerzen sind rot. Ich empfehle euch, und das könnt ihr einmal mit Doppelklick hier drauf machen, dass ihr direkt hier die Farben für euch ändert. Okay, ich habe sie einfach blau und weiß gemacht, beziehungsweise dunkelblau sind bei mir die bärischen Kerzen, die Kerzen, die nach unten gehen, und weiß sind die bullischen Kerzen, denn ich möchte nicht, dass mein Hirn mir sagt, oh, grün ist gut und rot ist schlecht und dann möchte ich vielleicht lieber nur Buy-Trades machen oder was auch immer, sondern traden können wir in beide Richtungen traden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir super neutral sind. Sucht euch zwei verschiedene Farben, damit ihr den Unterschied erkennen könnt, aber eben ganz wichtig, achtet darauf, dass wir quasi neutrale Farben für uns hier nutzen. Okay, gut, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ihr könnt hier mal eure Watchlist öffnen. Ihr seht, bei mir sind hier drei verschiedene Werte drauf. Ich trade nur Gold, deswegen habe ich hier keine weiteren Märkte drin, aber falls ihr mehr Märkte hinzufügen wollt oder einen anderen Markt anschaut, dann könnt ihr zum Beispiel Euro versus US-Dollar, Euro-US-Dollar eintippen und ihr seht hier, dass es jetzt viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt und hier steht einmal FXCM, hier steht Wanda, hier steht Forex.com und so weiter und so fort und ganz wichtig ist, dass das hier alles unterschiedliche Broker sind. Okay, das bedeutet, ein Broker ist sowas wie eine Bank nur für Trading. Du hast dann dort einen Account, so wie du auch einen Bank-Account hast und dort liegt Geld drauf und damit kannst du etwas machen und in dem Fall kannst du eben am Markt einkaufen oder verkaufen, ähnlich wie mit einem Bank-Account, nur dass du mit dem Bank-Account eben nur einkaufen kannst. Aber hier, genau, Einkaufen, Verkaufen, habe ich euch im ersten Video schon erklärt und hier geht es eben jetzt einfach nur darum, wer liefert die Daten. Okay, ist uns eigentlich auch egal, wer die Daten liefert, zumindest jetzt am Anfang. Wenn du einen der Broker nutzt, dann klar, aber ansonsten, ich habe, glaube ich, immer Oanda, den ich benutze oder Pepperstone. Das heißt, also wir sehen auch hier, wird mit mir oben der Broker angezeigt, das ist Pepperstone. Das heißt einfach, dieser Broker liefert die Daten und die Daten werden in diesem Charting-Tool in TradingView angezeigt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann ist ein ganz weiterer wichtiger Punkt, wie kannst du dir einen Preis-Alarm stellen? Denn ein guter Trader tradet nicht zu jedem beliebigen Preis. Ich gehe nicht einfach an den Chart und sage, jetzt möchte ich traden, ich setze jetzt einen Trade, sondern ich überlege mir, bevor die Trading-Session startet, wo möchte ich kaufen oder verkaufen? Und dann stelle ich mir beispielsweise hier mit diesem kleinen Plus, kann ich jetzt einfach draufklicken und stelle mir hier einen Preis-Alarm. Das heißt, der wird jetzt hier durch auftauchen. Jetzt seht ihr die gestrichelte Linie. Und wenn der Preis dorthin zurückkommt, dann werde ich notified. Das heißt, ich bekomme dann hier einen kleinen Ton auf meinem Computer. Ich kann es euch auch mal zeigen. Wir legen den immer mal ganz genau hier drüber und schauen mal, ob wir jetzt da gleich eine Benachrichtigung bekommen, dass ihr da einmal ganz live dabei sein könnt. Ich lege den am besten hier rein, wo er schon mal war. Es geht ja nur darum, dass wir sehen, wie das aussieht, wenn wir dann unseren Alarm bekommen. Okay? Also nicht erschrecken, falls es jetzt gleich laut wird. Genau. So können wir einen Alarm erstellen und das heißt, wir wollen eben erst dann traden. Jetzt seht ihr es hier. Bekommt wir hier den Alarm und sehen eben, ah, okay, Gold, der Goldpreis kreuzt jetzt sozusagen diesen Preis, den wir eingestellt hatten und dann wäre ich bereit zum Traden. Hier möchte ich jetzt gerade nicht traden, sondern frühestens hier unten. Genau. Das ist wichtig. Wichtig, wichtig. Was ist noch wichtig? Wir brauchen Zeichentools, denn wir müssen ja irgendwie, wir gehen wieder zurück in den 4-Stunden-Chart, wir müssen irgendwie hier unsere Zeichnungen reinbringen, ja. Wichtig ist auch, es gibt hier unterschiedliche Timeframes. Ich habe euch im ersten Video erklärt, dass immer jeweils die Kerze anzeigt. Hier zum Beispiel sind wir im 4-Stunden-Chart. Wie hat sich der Preis in diesen 4 Stunden am Freitag, 1. März, das seht ihr hier unten angezeigt, von 16 bis 20 Uhr verändert. Ihr könnt umstellen, ihr könnt auf den 1-Stunden-Chart gehen, dann sehen wir zum Beispiel hier, wie war es von 16 bis 17 Uhr auf den 30-Minuten-Chart und so weiter und so fort. Man kann tatsächlich einfach hier auch in der Tastatur, ich muss gar nicht immer hier oben draufklicken, ich könnte zum Beispiel jetzt einfach eine 1 eingeben und dann würde ich in den 1-Minuten-Timeframe kommen oder ich gebe dahinter ein D ein für Day und dann auf Enter und dann komme ich automatisch in den Tagestimeframe. Und genauso natürlich auch, wenn ich jetzt eine 4 eingebe, wäre das der 4-Minuten-Timeframe und wenn ich jetzt aber ein H dahinter eingebe, wird es der 4-Stunden-Hour-Timeframe und ich kann das auch mit 5 Stunden machen und so weiter und so fort. Ah, das war aus Versehen. Also ihr seht, so könnt ihr schnell zwischen den einzelnen Timeframes hin und her springen. Wir sehen auch hier unten noch etwas, was uns angezeigt wird und ihr seht auch, das ist der einzige Indikator, den ich in meinem TradingView benutze und zwar ist das das Volumen. Okay, eure Einstellung sollte so sein und das Volumen, das interessiert mich auch nicht, ob das bullisch oder bärisch ist, deswegen habe ich hier einfach die gleiche Farbe eingeschaltet, habe auch das Rot und Grün rausgenommen, was wahrscheinlich bei euch drauf ist, denn das Einzige, was mich interessiert, ist, ist es hoch oder ist es niedrig. Warum? Da kommen wir in einem späteren Video dazu, aber ich sehe einfach hier unten, wie viel Volumen und Volumen bedeutet, wie viele Trading Orders, wie viele Positionen sind hier in den Markt gekommen. Okay, das heißt, wenn genau, zum Beispiel an dem Tag hier sehen wir, wir sind im Tagestimeframe und wir sehen, wir hatten hier diese lange bullische Kerze, jetzt gerade am Freitag, den 1. März und hatten hier auch ein hohes Volumen. Das ist, auf jeden Fall sagt uns das, dass wir hier sehr viele Personen hatten, die getradet haben. Es sind viele Orders in den Markt reingekommen und das passt auch zu dem, was wir hier sehen, denn der Markt hat sich auch ein ganz großes Stück nach oben bewegt an diesem Tag. Also, das ist das Nächste, was ihr braucht, das Volumen. Wenn ihr wissen wollt, wie viel genau sich der Markt bewegt hat, könnt ihr hier draufklicken und könnt beispielsweise hier unten an der Kerze anlegen und hier oben an der Kerze absetzen und wisst dann, oha, der Markt hat sich hier in dem Fall, also 4.910 einzelne Ticks bewegt und wir würden sagen 490 Pips bewegt. Das mit den Ticks und so weiter erkläre ich euch in einem anderen Video nochmal. Jetzt geht es hier erstmal nur um Trading Queue. Wichtig ist auch, dass wir uns einzeichnen wollen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen Trade machen wollen. Angenommen, wir wollen einen Trade machen, sobald der Markt hierhin zurückkommt und wir müssen unsere Positionsgröße berechnen und unseren Take Profit festlegen, dann würden wir sagen, okay, diesen Trade hier möchte ich machen. Da könnte ich dann jetzt in meinen Positionsgrößenrechner gehen und kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier bei 20.40 möchte ich gerne einsteigen in den Markt. Meine Verlustbegrenzung, mein sogenannter Stop Loss, das findet ihr auch auf unserer Website im Trading Wörterbuch nochmal erklärt, ist hier unten bei 20.23 und mein Take Profit, der ist hier oben. Okay, das heißt also dieses Ding hier, da können wir hier drauf gehen, da sehen wir A, das ist eine Long Position, also wir kaufen den Markt, eine bullische Position und umgekehrt hätten wir beispielsweise eine Short Position und würden den Markt verkaufen. Das ist einfach nur bei euch wahrscheinlich auch noch Rot und Grün. Wenn ihr hier mit Doppelklick wieder drauf geht, dann könnt ihr die Farben so anpassen, wie ihr das gerne haben wollt. Ich habe es hier auch alles ganz neutral gehalten. Dann ist noch ganz wichtig, dass wir hier verschiedene Zeichentools haben. Hier steht Trendline Tools und wir können eben diese Tools hier benutzen, beispielsweise wenn ich jetzt hier mir diese Linie markieren möchte, um gegebenenfalls sie als Liquidität zu sehen oder was auch immer, dann kann ich jetzt quasi hier eine Linie ziehen. Ich kann hier draufklicken, ich kann hier alles verändern. Ich kann hier verändern, ob es eine durchgezogene Linie ist oder ob es eine gestrichelte Linie ist. Ich kann hier einen Text hinzufügen und kann jetzt hier einfach mal Test schreiben, kann einstellen, wo der Text hier angezeigt werden soll und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich immer eine Linie mit dem Wort Test drinnen schreiben möchte, dann würde ich jetzt hier auf Template gehen und auf Save As oder Speichern unter vielleicht bei euch auf Deutsch und könnte dann jetzt hier ein Template anlegen mit Test und jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch eine Linie ziehe, dann muss ich nur rechte Maustaste nutzen, rechtsklick, gehe ich hier auf Template und wähle hier Test aus und dann habe ich sofort alle Einstellungen wieder. Also gerade wenn ihr was häufiger benutzt, dann kann sich das eben anbieten, dass man sich diese Dinge wirklich abspeichert vorher. Um die sogenannten Order-Blöcke zu markieren oder eben Zonen, in denen wir traden wollen, brauchen wir auch noch dieses hier, ein Rechteck sozusagen und das findet ihr auch hier unter den, genau, hier findet ihr unter Shapes, seht ihr, das ist hier das Zeichen dafür und ich habe mir das Ganze hier mit dem kleinen Stern markiert. Wenn ihr das mit dem Stern markiert, dann erscheint das automatisch hier unten in eurer Liste und ihr habt dann sozusagen die Dinge, die ihr häufiger benutzt, eure Favoriten hier drin. Okay, zum Beispiel also diesen Pfad mit den Pfeilen habe ich mir markiert und dieses Rectangle und natürlich dann noch ein paar andere Dinge, die ich ab und an mal brauche. Genau, auch hier wieder rechtsklick drauf und dann könntet ihr ein Template auswählen oder ihr könnt einfach hier einen Doppelklick drauf machen, könnt hier auch wieder was reinschreiben und könnt auch hier den Stil verändern, beispielsweise kann man diese Mittellein, die habe ich hier eingeschaltet, weil ich auch gerne wissen möchte, wo die 50% davon liegen. Ich kann den Hintergrund verändern, ich kann mir einstellen, dass ich beispielsweise hier noch eine Umrandung habe, also man kann das hier wirklich alles so einstellen, wie es einem selber am besten gefällt und sich das Ganze dann auch wieder hier als Template abspeichern, damit es immer gleich aussieht. Und so sieht es dann eben aus, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Chart dann mit den Zeichnungen füllt, dann markiere ich mir eben meine relevanten Tradingzonen und sehe dann eben sofort auf einen Blick, okay, hier beispielsweise in dieser Zone möchte ich kaufen, in dieser Zone möchte ich kaufen, Verkaufszone habe ich jetzt aktuell keine und dann könnte ich mir jetzt hier einfach mit dem Pluszeichen ein Alarm hier hinzufügen und sehe dann, okay, sobald der Markt hier hinkommt, habe ich ein Interesse, den gegebenenfalls zu kaufen, auch dann treffe ich natürlich noch keine blinde Entscheidung, sondern dann warte ich erstmal, dass der Markt mir im kleineren Timeframe, das lernt ihr dann alles im Kurs, noch eine Bestätigung gibt und dann zeichne ich mir natürlich auch vorher den Trade ein, den ich gegebenenfalls machen möchte und berechne dann meine Position. Ganz wichtig ist, wir haben hier oben noch dieses Feld Indicators und da ist es so, dass viele Leute, ja, was heißt darauf reinfallen, aber denken, dass sie eben mit ganz vielen verschiedenen Indikatoren arbeiten können. Ich habe mir hier auch ein paar als, ja, als Favorite hinzugefügt, aber die nutze ich so gut wie gar nicht. Das Einzige, was ihr euch mal vielleicht anschauen könnt, ist der Simple Lot Size Calculator und zwar kann man den hier unten hinzufügen. Ich kann hier auf die Einstellungen klicken und kann hier auf die Inputs gehen und dann bekommt ihr, ihr habt quasi dann wirklich in eurem Trading View direkt die Möglichkeit, eure Positionsgröße zum Traden auszurechnen, okay? Also angenommen, ihr tradet einen Account mit 1000 Dollar, okay? Und ihr wollt für einen Trade 1% riskieren und ihr seht, wie groß ist die Stop Loss Size. In dem Fall ist sie hier 17,02. Dann gebe ich das hier ein und dann zeigt er mir an, hier, dass meine Lot Size, die ich benutzen darf, ist 0,06, okay? Das ist das, was ich jetzt hier riskieren würde, 1%, genau, mit dem Stop Loss 17,02. Ach ja, genau, da, okay, sorry, nochmal kurz eine Sache, die leider jetzt verwirrend ist, das stimmt leider so nicht ganz und zwar, wenn ihr in Trading View angezeigt bekommt, 17,16, dann bedeutet das, ihr müsst das um eine Kommastelle verschieben. Das heißt also, das ist hier, das sind nicht 17,16 Pips, sondern das sind 170 Pips. Das könnte man dann wahrscheinlich mit der Kontogröße gar nicht traden. Schauen wir mal, wenn ihr ein 10.000 Euro Konto habt, dann könnt ihr jetzt das hier verschieben. Es sind 170 Pips Stop Loss, so einen großen Stop Loss, keine Sorge, hat man nie in dem Trading, was wir betreiben, im Intraday Trading, sondern wir haben sehr viel kleinere Stop Losses. Schauen wir uns das hier an, also jetzt sehen wir, jetzt passt's. Und unser Take Profit sind hier dann eben auch 1.000 Pips. Also was wir hier eingezeichnet haben, ist eher ein Swing Trade, weil wir uns jetzt hier eben auch auf dem Tagesschart befinden und nicht, was wir im Intraday Bereich machen würden. Das heißt also hier der kleine Reminder, dass mit den, genau, also das bedeutet sozusagen, ich schreibe es mal kurz hier hin, vielleicht machen wir es jetzt doch hier mit drin. Also jetzt ist der Goldpreis gerade bei 2.100 und wir sagen mal 1.10, der Einfachheit halber. Das ist jetzt hier und dann haben wir hier unten beispielsweise, hier das untere Ende der Kerze sind 2.080. Okay, und wenn ihr jetzt berechnen wollt, wie viele, also wie viele Pips das sind, dann nehmt ihr quasi einfach 2.110 minus die 2.080 und kommt dann auf die Zahl 30. Ja, das heißt 30 und dann nehmt ihr das Ganze nochmal 10. Im Goldmarkt ist das auf jeden Fall so und habt dann eben 300. Das heißt also hier ist der Unterschied zwischen 2.080 und dieses 2.110 sind eben nicht 30 Pips, sondern sind 300 Pips und das ist eben ganz wichtig, dass wir da bei Gold immer das noch hinzufügen müssen. Das bedeutet, ein Pip ist also die erste Nachkommastelle. Ja, also von hier 2009, 0 bis 0,1 ist eben ein Pip und so könnt ihr euch das hier an dieser Stelle dann berechnen. Ganz wichtig, muss man aber erstmal reinkommen, schickt da, ihr könnt gerne unter das Video kommentieren, könnt da ein paar Pip-Berechnungen machen, könnt eure Fragen hier reinschicken. So ist es zumindest jetzt im Forex-Bereich bei Pepperstone und was dann eine Lot-Size ist, das müsst ihr wissen später, wenn ihr eine Position eröffnen wollt. Ich verlinke euch unter einem der Videos auch noch den Metatrader, das ist dann die Plattform, in der wir traden. Aber das ist schon mal wichtig, ganz wichtig zu beginnen. Da muss man auch ein paar Übungen mitmachen, also macht gerne Übungen und schreibt dann auch gerne unter dieses Video, was ihr so berechnet habt und was ihr für Fragen habt und so weiter und so fort. Genau, das sind die Dinge, die am wichtigsten sind, die ihr euch erstmal bei TradingView anschauen könnt. Es gibt hier noch verschiedene andere Tools, aber das Einzige, was vielleicht noch interessant ist, wäre, wenn ihr hier auf Fibonacci geht, dann könnt ihr euch hier ein Fibonacci Retracement Tool zeichnen. Hier geht es darum, welche Level kann ich einschalten, aber das ist tatsächlich jetzt auch etwas zu weitreichend für diese Session. Es geht nur darum, dass ihr versteht, wie ihr TradingView für euch benutzen könnt, was ihr euch hier einzeichnen könnt und wie ihr das Ganze einstellen könnt. Also immer, wenn ihr sozusagen auf ein Objekt mit Doppelklick draufklickt, könnt ihr hier verschiedene Dinge verändern. Gut, dann wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, ganz, ganz viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren. Vergesst nicht, eure Anfänger-Checklist hier herunterzuladen und das Wörterbuch einmal anzuschauen und wirklich zu gucken, wie kann ich, genau, also welche Wörter brauche ich und wie kann ich die eben für mich mir gut merken, übersetzen. Ihr könnt aber auch immer wieder auf unserer Website vorbeischauen und ansonsten in diesem Anfänger-Checklistbuch findet ihr alle Sachen verlinkt. TradingView, mein Backtesting-Tool und alles, was ihr sonst noch braucht und auch noch eine kleine Hilfe, dass ich euch sage, was macht ihr wann im Anfänger-Trading. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.